Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine Top 5 Games in Roblox. Let's go! Auf dem Platz Nummer 5 ist das Spiel Jailbreak oder auch unter dem Namen bekannt Einbrecher-Ausbrecher. In diesem Game kannst du dich in einen kriminellen Verbrecher oder in einen Polizisten verwandeln. Als Polizist musst du Verbrechen verhindern und machst dadurch die City zu einem sicheren Ort. Wenn du dich trotzdem umentscheiden solltest und kriminell wirst, kannst du Banken, Juwelierläden, Tankstellen und noch mehr ausrauben. Bevor du aber dies tun kannst, musst du aus einem gut bewachten Gefängnis entkommen. Auf dem Platz Nummer 4 befindet sich das Spiel Legends of Speed. In diesem Game kannst du verschiedene Rennen gegen deine Freunde machen. Aber bevor du starten kannst, musst du einzelne Schritte einsammeln. Umso mehr Schritte du hast, umso schneller bist du auch. Also auf was wartest du? Sammle so viele Schritte, die du finden kannst und meistere die verschiedenen Rennen durch unterschiedliche Parcours gegen deine Freunde. Auf dem Platz Nummer 3 ist das Game Arsenal. In diesem Game kannst du mit verschiedenen Waffen deine Gegner besiegen. Am Anfang kann jeder Spieler abstimmen, ob man in Zweierteams, Vierteams oder im Free4All spielen möchte. Außerdem kann man abstimmen, in welcher Map man spielen mag. Die Mehrzahl entscheidet, wo man spielt und wie man spielt. Nach jedem Kill wechselt die Waffe automatisch, sodass jeder Spieler mal jede Waffe hat. Der Gewinner muss mindestens 33 Kills haben. Auf dem Platz Nummer 2 befindet sich das Spiel Eastlands. In diesem Game kann man eine eigene Insel aufbauen. Dieser Baustil erinnert sehr an das Spiel Minecraft. Man kann seine eigenen Freunde wie auch Mitspieler auf seine eigene Insel einladen und auch anderen Inseln beitreten. Auf dem Platz Nummer 1 befindet sich das Game Willkommen to Blocksburg. Dieses Game ist auch das einzigste von allen, was 25 Robux kostet. In Blocksburg kannst du dein eigenes Haus bauen, tolle Fahrzeuge fahren und mit deinen Freunden abhängen. Außerdem kannst du ins Arbeitsleben eintauchen und Spielgeld verdienen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Vergesst auch nicht ein Abo da zu lassen und die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine weiteren Videos bzw. die nächsten Livestreams nicht mehr verpasst. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblingsgame ist oder ob ihr noch außer Roblox noch andere Games zockt. In diesem Sinne sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Action Wolf. Bis zum nächsten Mal, euer Action Wolf.